Zu Wort ist niemand mehr gemeldet, die Debatte ist geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag des Umweltausschusses, den vorliegenden Bericht Römisch 3, 316 und zu Römisch 3, 316 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Bitte, meine Damen und Herren, die dafür sind, um ein Zeichen. Das ist einstimmig angenommen. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Neubauer, Kolleginnen und Kollegen, betreffend unverzüglicher Ausstieg aus dem Euratom-Vertrag. Wer schließt sich diesem Antrag an? Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Brunner, Kolleginnen und Kollegen, betreffend freie Wissenschaft unabdinglich zur Lösung der Klimakrise. Wer stimmt hierzu? Das ist wiederum die Minderheit. Auch dieser Antrag ist abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Brunner, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Empfehlungen des 11. Umweltkontrollberichts unverzüglich umsetzen. Wer spricht sich dafür aus? Das ist die Minderheit. Dieser Antrag ist abgelehnt. Das ist die Minderheit.